Hey, Münster! Könnt ihr uns verweinigen, dass ihr ab jetzt so Flash-Bumps machen und so was zum Beispiel auf einmal den Bumpst Pierschube anfängt? Ihr Kinder, reinkommet, 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 reinkommet. Die werden später an die Standwerke zurückgegeben, damit der Nacht jetzt häuser beleuchtet. Moment, 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 Rahmen Besen, ja gut! Ich finde das gut, dass auch mal was weiter gemacht wird, was ich einfach raff. Oh Tannebaum, die Brübe deine Welt besser! Ich kann nie belassen! Ich kann nicht nur sein, sondern ich kann nicht nur sein, ich kann nicht nur sein, denn Jesus, seine Lieder, singen nicht meine Lieder! So kann nur aus, denn Jesus, seine Felsen! So! Also, als ich heute geboren in MyFB aufgewacht bin, habe ich mir diese Szene nicht vorstellen können. Und jetzt nicht. Was gibt's denn noch für Lieder? Das gefällt mir jetzt! Hörst du auf? Ja, weiter weiß ich auch nicht. Scooter hätten doch ne Unze, Unze, Unze Bassdrum runtergemacht. Alter, das kannst du doch! Jesus, Jesus! Hyper, hyper! Respect to Santa Claus! Hyper! Schwamm! Leute, das reicht jetzt auch! Das war, äh, Quatsch! Das ist das allerletzte Gewinn, hoffentlich! Pass mal auf, ja! Aber Dankeschön dafür! Guck mal, was für ein Bild! Der größte Biese der Welt! Vom schönsten Welt der Welt! Mr. Rubik Schawacki! Das hat so ein bisschen was für, wie Schummeln beim Mikano spielen! Finde ich! Hey Leute! Okay! Dieser nächste Song, den wir jetzt raushauen, wenn ich das mit meinen Augen richtig sehe! Als dieser Song, der damals schon produziert wurde, da wurden die meisten von euren Eltern auch gerade noch vorproduziert, die meisten von euch! Der ist eigentlich schon recht alt! Ein Song von der Meta Days Not Included! Wer kennt die noch? 1999! Long time ago! Long time ago! Long time ago! Und wir dachten, wir müssen, äh, den Leuten, die schon seit... Wie lang ist das denn her? 13 Jahren dabei sind, auch mal bei ein altes Spiel!